ich begrüße dich ganz herzlich hier auf dem youtube channel der ams firmengruppe zu unserem video dass wir am 19 11 2023 hochladen einige von euch haben sicherlich schon von der sogenannten ehegattenschaukel gehört damit ist gemeint dass ein ehepartner eine immobilie an den anderen verkauft die besonderheit ist dass bei veräußerungen an personen die in gerader linie miteinander verwandt sind keine grund erwerbsteuer gezahlt werden muss gerade linie heißt nicht nur ehepartner sondern auch eltern kinder großeltern enkel und so weiter geschwister sind leider im sinne des steuerrechts nicht in gerader linie verwandt das heißt diese steuerbefreiung gilt nicht für kaufvorgänge zwischen geschwistern oder für verkäufe an nichten und neffen das ist gar nicht so selten ein thema wenn zum beispiel bruder schwester onkel oder tante keine kinder haben aber das ist eine andere thematik und auch die lösungsansätze dazu will ich jetzt hier nicht weiter beschreiben das würde den rahmen sprengen wir haben schon ein video gemacht in dem wir den innerfamiliären verkauf von eltern an kinder erklärt haben als sinnvolle alternative zur schenkung dieses videos auf ein großes interesse gestoßen über 32.500 aufrufe bis heute und wir bekommen auch aktuell immer wieder anfragen dazu wir verlinken das im abspann auch noch mal das video falls du es noch nicht kennst wenn du noch ein ausführlicheres video haben möchtest dass den verkauf einer immobilie an den ehepartner erklärt dann schreibe es gerne in die kommentare welche vorteile kann so ein verkauf zwischen ehegatten haben die immobilie bleibt im familienkreis aber durch den verkauf zum marktpreis wird die wertsteigerung realisiert und das ist ja nach zehn jahren steuerfrei wenn der kaufpreis von einer bank finanziert wird zumindest zum teil dann kommt liquidität in die haushaltskasse um zum beispiel weitere immobilien zu kaufen eventuell auch im ausland oder das eigengenutzte haus schneller abzubezahlen durch den marktgerechten kaufpreis erhöht sich die bemessungsgrundlage der abschreibung und damit kann eine höhere abschreibung gelten gemacht werden dagegen müssen natürlich die kosten der transaktion gerechnet werden meist notar und gerichtskosten von 1,7 prozent bis 2 prozent je nach kaufpreis es sei denn die eheleute haben schon als gbr gekauft aber das ist nach unserer erfahrung eher die ausnahme theoretisch ist das modell der ehegattenschaukel vielen immobilieninvestoren bekannt aber zur praktischen umsetzung bekommen wir immer wieder fragen häufig denken investoren zb dass so ein modell bei ihnen nicht funktioniert wenn die objekte noch finanziert und mit grundschulden belastet sind sehr häufig wird auch angenommen dass es nicht funktioniert wenn nicht nur ein ehepartner sondern beide zu je ein halb als eigentümer im grundbuch eingetragen sind das ist aber nicht so wir haben das gerade mit kunden umgesetzt die zu je ein halb eingetragen waren dazu am ende noch ein paar worte die zweite absolut berechtigte frage ist ob sich so ein verkauf unter eheleuten mit den verbundenen kosten und dem aufwand wirklich lohnt und da kommt es auf den einzelfall an einen konkreten fall die wir gerade begleiten und der einige hürden beinhaltet mehrere grundschulden sind noch eingetragen stelle ich jetzt gleich vor weil du anhand dieses beispiels einen eindruck bekommst wie sich so etwas gestalten lässt zur sicherheit noch mal der hinweis jeder fall sollte einzeln betrachtet werden auch auf wirtschaftlichkeit und du solltest die gestaltung dann mit einem steuerberater und notar abstimmen wir leisten hier natürlich keine rechts oder steuerberatung und aus den darstellungen dieses kostenlosen videos kannst du natürlich auch keine schadensersatz ansprüche gegen uns her leiten aber das ist ja eigentlich klar also wenn du so etwas vor hast stimme das vorher mit deinem steuerberater ab ein relativ neuer kunde von uns der übrigens über unseren youtube channel hier auf uns aufmerksam wurde und dann kontakt aufgenommen hat hat gerade seine erste ams wohnung gekauft und wir konnten ihm auch bei der finanzierung des kaufobjekts helfen in dem zusammenhang haben wir die daten zu den zwei vorhandenen wohnungen bekommen die unser mandant schon vorher ohne uns gekauft hatte eine davon ist schon länger als zehn jahre im eigentum und könnte somit steuerfrei veräußert werden bei einer solchen konstellation werde ich immer hellhörig und schaue dann ob wir die vorhandenen objekte und finanzierungen nicht optimieren können denn uns geht es nicht darum nur ein einmaliges geschäft zu machen oder eine wohnung zu verkaufen sondern einen mandanten zu gewinnen den wir dann über jahre dabei begleiten vermögen mit immobilien aufzubauen deshalb gibt es bei uns zusätzlich zur immobilie noch kostenlose optimierungs beratung und auch die umsetzung und top und es freut mich immer wieder wenn wir noch kleinigkeiten bei vorhandenen investments finden die wir dann verbessern können allerdings ist die wohnung auch mit mehreren grundschulen belastet einige daten des objekts die ich leicht modifiziert habe um hier diskretion zu wahren der kaufpreis der wohnung lag 2010 bei 100.000 euro die wohnfläche beträgt 78 quadratmeter baujahr 1995 die monatliche kaltmiete liegt aktuell bei 639 euro 43 bei der miethöhe scheint mir auch noch etwas potenzial vorhanden zu sein im grundbuch ist nur der ehemann eingetragen als eigentümer eine finanzierung mit einem restsaldo von 37.000 euro läuft noch zu einem zinssatz von sensationellen 0,6 prozent anfängliche tilgung drei prozent kreditrate 125 euro und 19 monatlich allerdings läuft die zinsbindung nur noch bis februar 2025 also noch ein jahr und drei monate im grundbuch ist nach angaben des eigentümers eine erstrangige grundschuld von 40.000 euro für das darlein eingetragen dazu sind noch zwei weitere grundschulden bei einer anderen bank eingetragen und zwar über 25.000 und 70.000 euro zusammen 95.000 euro restsaldo circa 90.500 euro das darlein mit sehr günstigen zinsen von 0,85 prozent und 1,5 prozent anfänglicher tilgung wurde 2020 allerdings nicht für die finanzierung dieser wohnung aufgenommen sondern für ein anderes objekt diese wohnung diente also lediglich als zusatzsicherheit für einen weiteren wohnungskauf laut angabe unseres mandanten hat die wohnung die 2010 100.000 euro gekostet hat heute einen wert von 250 bis 270.000 euro entsprechende verkaufsfälle in der anlage sind nachweisbar die wohnung soll aber im familienbestand bleiben aber durch einen verkauf an seine ehefrau könnte die wertsteigerung realisiert und eine höhere abschreibung generiert werden die frage ist jetzt also ob sich das lohnt wie sind wir nun daran gegangen als erstes haben wir die wohnung von der bank einwerten lassen die im ersten rang im grundbuch steht und auch von einer weiteren bank die gern nachrangfinanzierungen begleitet mit der ersten bank kamen wir nicht weiter die zweite bank kam auf einen verkehrswert von 251.000 euro hat die angabe unseres kunden also bestätigt so dass das durchaus der kaufpreis zwischen den eheleuten sein könnte die bank hat 80 prozent als beleihungswert angenommen das sind 201.000 euro vom beleihungswert ist die bank bereit im nachhang 80 prozent zu finanzieren die finanzierungshöhe ist so durchaus üblich allerdings versuchen wir das jetzt noch zu optimieren und eine höhere finanzierung für unsere kunden zu finden weshalb wir auch noch weitere bank anfragen gestartet haben aber nehmen wir mal diese zusage als beispiel für unsere berechnung hier dann finanziert die bank bis zu insgesamt knapp 161.000 euro das sind dann eben die 80 prozent vom beleihungswert von 201.000 euro die zwei nachrangigen grundschulden in höhe von insgesamt 95.000 euro bleiben bestehen weil die zinsbindung mit den günstigen zinsen noch bis 2030 läuft und es unsinnig wäre diese finanzierung jetzt abzulösen die käuferin die ehefrau übernimmt die darlehen und verpflichtet sich im kaufvertrag zur zahlung der raten als teil des kaufpreises die erstrangige grundschuld von 40.000 euro muss gelöscht werden damit überhaupt noch eine bank in den nachhang hier geht das heißt 37.000 euro müssen abgelöst werden aus der neuen finanzierung und damit verbleiben dann grundschulden von 95.000 euro im grundbuch die differenz zur neuen finanzierung in höhe von 161.000 euro beträgt 66.000 euro von den 66.000 euro müssen wie gesagt die restschulden von 37.000 euro abgelöst werden so dass aus der neuen bankfinanzierung heraus 29.000 euro an liquidität übrig bleiben die der verkäufer der ehemann bekommt für die neue finanzierung ist es meist nötig dass beide eheleute die finanzierung mit unterschreiben auch der verkaufende ehepartner zumindest aber ist eine bürgschaft nötig so ist es ja auch üblich bei eheleuten wenn keine gütertrennung vereinbart wurde oder wenn nicht einer so viel verdient dass die bank darauf verzichtet den ehepartner mit zu verpflichten wenn die wohnung zum ermittelten verkehrswert von 251.000 euro verkauft wird fehlt nach übernahme der restverbindlichkeiten von 90.500 euro und der neuen finanzierung von 66.000 euro noch eine restsumme von 94.500 euro am kaufpreis den die ehefrau begleichen muss diese restsumme kann zum beispiel durch ein verkäuferdarlehen des ehegatten beglichen werden die konditionen des darlehens müssen fremdüblich sein und werden im kaufvertrag festgehalten die kreditraten müssen dann auch tatsächlich regelmäßig fließen wie unter fremden dritten die ehefrau wiederum kann die zinsen für das verkäuferdarlehen im rahmen der vermietungseinkünfte für die wohnung dann steuerlich geltend machen der ehemann bekommt die zinsen und versteuert die zinseinnahmen das geld bleibt also in der familie wirtschaftlich ist das neutral falls die steuergesetze sich bezüglich der steuerfreiheit bei verkauf nach zehn jahren ändern sollten bei unseren politikern weiß man das ja nie haben die eheleute allerdings durch diese transaktion den steuerfreien gewinn gerettet theoretisch könnte der ehemann die forderungen gegen seine ehefrau auch an seine kinder abtreten die noch kein einkommen haben dann wären die zinszahlungen an die kinder de facto steuerfrei aber das nur als idee nebenbei welche vorteile entstehen nun mit dieser transaktion es kommt zusätzliche liquidität von 29.000 euro in die familienkasse die dann als zusätzliches eigenkapital genutzt werden kann wir haben die einnahmen und ausgaben der wohnung mit der neuen nachrangigen finanzierung neu durchgerechnet der aktuelle monatliche überschuss für die wohnung reduziert sich nur in anführungsstrichen um 110 euro monatlich nach steuern für die 29.000 euro zusätzliche liquidität was sehr wenig ist das liegt an den steuerlichen auswirkungen den höheren zinsen und auch der abschreibung die sich von circa 1700 euro im jahr auf circa 4000 euro erhöht eine differenz von 2300 euro bei einem steuersatz von 40 prozent ergebe sich ein finanzieller vorteil von 920 euro im jahr unser kunde hat nur in anführungsstrichen einen spitzensteuersatz von 32 prozent und das ist dann ein absoluter vorteil von 736 euro im jahr damit bräuchte unser kunde gut sechs jahre damit sich die notar und gerichtskosten von ungefähr 4500 euro amortisieren und das ist schon eine relativ lange zeit ein weiterer nachteil in diesem fall ist dass die relativ günstige erstrangig abgesicherte finanzierung die noch etwas über ein jahr läuft frühzeitig gegen ein darlehen mit aktueller kondition abgelöst wird der steuerliche effekt der höheren zinsen und abschreibung wäre natürlich noch höher wenn der individuelle steuersatz höher wäre als in diesem fall und die grundschulden von 95.000 euro die den grundschulden für die neue finanzierung vorgehen reduzieren natürlich auch den wirtschaftlichen vorteil das ist hier wirklich kein optimaler fall bei dem sich der vorteil für den kunden sofort auf den ersten blick erschließt zumal unser mandant die zusätzliche liquidität eigentlich nicht braucht da noch eigenkapital vorhanden ist aber mehr geld ist ja immer gut was würde ich nun in diesem fall tun das habe ich mich gefragt ich würde versuchen weitere banken anzufragen und zu schauen ob nicht eine andere bank einen höheren betrag neu finanziert also bei einem verkehrswert und kaufpreis von 251.000 euro nicht nur insgesamt 161.000 euro sondern eher 200.000 euro oder sogar noch mehr finanziert dann würde sich die sache wegen der zusätzlichen liquidität mehr lohnen und genau das haben wir ja auch für unsere mandanten jetzt gerade gemacht es besteht aufgrund der noch günstigen zinsen für den betrag von 37.000 euro für mehr als ein jahr auch noch keine eile den kauf bzw verkauf sofort durchzuziehen es sei denn unser mandant wäre der meinung dass die zinsen sofort stark steigen vielleicht kommen ja auch günstige entwicklungen zusammen leicht sinkende zinsen in 2024 und eine höhere finanzierungs summe die hier angeboten wird dann würde ich auf jeden fall zuschlagen wenn ich der wenn ich in der situation wäre wenn die bedingungen in den nächsten monaten zu bleiben würde ich den verkauf an die ehefrau nächsten jahr wahrscheinlich trotzdem vornehmen einfach um den steuerfreien gewinn zu sichern und mit dem vermögensaufbau mit immobilien voranzukommen ich will das video hier nicht zu lang machen aber wie versprochen noch kurze hinweise zu einem verkauf zwischen ehegatten wenn beide zu je ein halb als eigentümer eingetragen sind im prinzip läuft es genauso wie eben beschrieben nur dass eben nur der halbe anteil der immobilie verkauft wird statt die komplette wohnung vorhandene darlehen können sowie in diesem beispiel vom kaufenden ehegatten übernommen werden falls nötig und sinnvoll als teil der bezahlung zur zahlung des kaufpreises können sowohl bankdarlehen aufgenommen werden als auch verkäuferdarlehen gewährt werden diese kaufverträge werden in ähnlicher weise auch im trennungs- bzw scheidungsfall geschlossen wenn ein partner die immobilie allein übernehmen will so dass man sich an diesen vertragsmustern ganz gut orientieren kann du siehst dabei die beratung ob sich ein verkauf innerhalb der familie wirklich lohnt oder nicht ist sehr individuell nicht nur steuerliche aspekte sondern auch finanzierungsfragen und know how zu kaufverträgen von immobilien gehören dazu erfahrungsgemäß brauchen die meisten mandanten eine enge begleitung bei dem prozess weil während des prozesses immer wieder fragen entstehen auch ganz praktische bis hin zur einrichtung der monatlichen zahlungsflüsse wenn du auch von unseren kenntnissen und über 20 jährigen erfahrungen bei deinem vermögensaufbau profitieren willst dann melde dich gern bei uns genau wie der mandant im beispiel entweder per e mail oder über unser kontaktformular und als kunde bekommst du dann auch solche und ähnliche tipps und hilfestellung bei der umsetzung und wenn dir dieses video gefallen hat auch die illustration die vielen zahlen waren leider nötig dann freue ich mich über ein like von dir und empfehle den kanal auch gern weiter im abspann habe wieder zwei videos für dich verlinkt als erstes unser video immobilien verkaufen statt verschenken vermögen steuerfrei übertragen indem wir den verkauf von immobilien in der familie erklären als alternative zur schenkung mit konkreten beispiel und als zweites unser video vom 5.11 mit dem titel wie geht es am immobilienmarkt weiter ein blick auf preise zinsen und bieten ich bedanke mich bei dir fürs zuhören und zuschauen wünsche dir alles gute vor allem gesundheit und wir sehen uns im nächsten video dein heiko klaischewski